Hallo Leute, willkommen zum Part 3 des Dominos. Ja, mein Speicherplatz ist wieder hergegangen, also wird das ein ganz kurzes Video. Dann wird das hier so umgestoßen und dann gehen zwei rein, die werden dann das da umstoßen. Die Klopapierrolle, die wird dann da umstoßen und dann so. Ja, das ist einfach so hart. Okay, jetzt brauche ich etwas Gewicht. Da, nämlich das Gewicht. Das wird jetzt gehalten von Dominosteinen und die Plattform muss ich mir noch überlegen. Also, ne, die ist ein bisschen zu schwer, die ne, auf jeden Fall nicht. Okay, dann werden wir, das ist sehr schwer. Ja, also, werden wir einen Test machen oder nicht? Also, dann tue ich, so, dann müsste ich das hier so abprallen. Das heißt, dann kommt einfach so ein Stein hin. Und dann einmal so. Und dann den hier umkippen. Und dann so. Seht ihr? Brr, dumm, dumm, dumm. Und dann, dann brauche ich einmal dieses Gewicht. Oh, ist das schwer. Ich werde mir aber 10 Gigabyte wiederholen. Ich, äh, das wäre schon fürs Erste reichen. Ich bin nicht jetzt, sorry, aber ich muss euch ganz kurz so auch hin tun. Ich brauche wieder ein Teil des Gewichtes. Huah, ist das schwer. Ja, 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 dieses Teil, kann man das sehen? Jetzt, dieses Donutteil hier. Und dieses hier, äh, wird so gemacht. Ach, und jetzt nehmen wir weitere drei Steinchen. Und das kommt jetzt so. Okay, das wird schon dieses Domino-Steinchen da umkippen. Aber bitte lass es wirken. Please, let's work out. Oder weg damit, weg damit. Dann geht es einfach so weiter. Dann muss ich das ein Gericht abschrauben. Und dann muss ich jetzt so ein Teil da. Und dann muss ich jetzt etwas aufbauen. Ja, ich guck mal. Ja. Ja. Nein, das ist alles. Ja. Nein, das ist alles. Ich guck mal, dass sie es bei uns geht. Ja. Ich guck mal. ok wieder da so sieht die halterung aus für dieses gewinnt mal sehen ob das passt hier ist es passt es hat perfekt noch so gepasst dann mache ich hier mal so eine brücke fürs loch ok das video geht schon über fünf minuten lang wie schnell einfach die zeit vergeht wenn man spaß hat ok dann ist das ganze zu das ist so eine dritte arbeit ok und dann war das letzte was ich jetzt mache mein herz weiß nicht warum aber aus langweilen bitte sagt das video bricht jetzt nicht mal ab wegen den spaßchen platz keine ahnung sieht zwischen herz aus aber auch egal ja das ist aber mit dem domino part hatte ich hoffe diese drei teile hat euch gefällt und wir sehen uns nächste woche ich meine morgen bis 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 bis